Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich heiße Micha Förster. Ich bin schon lange Arminia-Fan. Wenn ich steil bin, immer gut. Laune. Ja, Arminia! Du bist so schön aus der Welt! Ich bin ein Störer mit einem großen Fußballfeld. Wenn ich mal Fußball am Wochenende im Eis bin, bin ich so sehr verrückt immer. Ich bin Tobias Dudek, arbeite im Wohnheim Ettinghauser Weg und bin hier angestellt als Heilerziehungspfleger. Hier wohnen Menschen mit Downsyndrom, Menschen mit Lähmungen der Extremitäten. Da haben wir Leute mit schwerst Mehrfachbehinderung. Fußball ist allgemein ein großes Thema, gerade in diesem Wohnheim. Der Kontakt mit dem behinderten Beauftragten von Arminia Bielefeld ist da auch Reibungsflug. Das geht nicht los. Das sind meistens nur zwei E-Mails. Und dann kann man da quasi zum Fußball fahren. Arminia! Mein Name ist Jörg Winkelmann. Benno, Spitzname bei Arminia. Ich bin der Behinderten-Fanbeauftragte von Arminia Bielefeld. Wir haben insgesamt 800 Plätze, also alle Behindertenplätze zusammengezählt. Der Reiseführer der Bundesliga ist barrierefrei. Wirklich jeder kann da seine Informationen rausholen. Es geht meistens schon los, sobald wir dann mit den Autos auf die Parkplätze fahren und Richtung Stadion runterlaufen. Dass die Stimmung dann auch hochkocht und Leute es kaum erwarten können, dann auch ins Stadion zu gehen. Mit allem Mann Fens feiern. Vorher üben. Lied. Vorher. Man sieht die Gesichter, man sieht wie sie sich freuen, gerade wenn wir gewonnen haben, so wie heute. Ja, lause singe ich. Das ist auch eine richtig schöne Bestätigung, ne? Da auch sowas dann immer wieder zu gestalten für die Leute. Einfach schöne Spielball aufgewählt. Arminia. Du bist der Beste für mich.